Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich lege gleich los, weil wir haben in der letzten Folge richtig viele Probleme gehabt. Dann, also Probleme heisst nicht, dass es schwierig war, sondern wir hatten Probleme, weil das Spiel ein bisschen komisch war, weil ich die ganze Zeit im Kampf verwickelt war. Ja, ist gut. Und der Ruhetun, der nervt mich auch gerade. Ah, hier war ich vorhin. Also in der letzten Folge bin ich da runtergefallen, glaube ich, und war dann auf dieser Brücke. Kann das sein? Ich tue dir mal den. Oh. Der eine kann's, der andere nicht. Du gehörst nicht dazu. Nun gut, ich muss da noch hochklettern, denn da oben ist noch der Wacheinsatz und den will ich eigentlich noch haben. Ja, mach mal vorwärts, wach aufstehen, die stüte dich, die anderen zwei können wegrennen. Die sterben dann später auch, keine Angst. Ich töte alle. Aber in einem schnelleren Tempo, weil das habe ich alles in der letzten Folge schon gemacht. Und ich bin genervt. Mann. Das ist dann irgendwo, wo ich einen Hebel betätige oder so einen Zwischenspeicher gibt. Einfach nichts zwischengeschweichert. Ja, geh weiter, mein Großer. Einfach weitergehen. Hast du hier nicht noch Wurfmesser für mich? Nein. Wie geht's noch? Daniel ist tot. So viel dazu. Oh, den kann ich nicht gefangen nehmen. Komplett zu mir. Das wäre nicht ganz der Plan. Ich weiß nicht, wo ich bin, oder? Oh doch, wer weiß es. Scheiße. Sky! Ja. Ich bin noch nicht tot. Wie zum Teufel, meine Freunde. Wie zum Teufel. Ist jetzt gut? Junge, 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 Junge. Verdammt noch mal, jetzt lass es gut sein. Du kannst nicht einfach die ganze Zeit so rumrennen. Warum kannst du mich so auch gar nicht sehen? Ah, da rinnt er wieder hin. Es nervt mich, dass es Gegner gibt, die man nicht töten kann. Jetzt verschwinde endlich. Wenn er das tut, das ist sehr, sehr gefährlich. Ich will nicht so viel Zeit hier vertrödeln, verpiss dich. Ich weiss nicht, wie schnell er mir wieder nachkommt. Wir gehen durch. Ich nutze die Situation geradeaus. Ich schneeke hier einfach mal durch. So gut ich kann. Ich verdunkle mal alles. Ich schau, ob sie oben noch einen Gang gibt. Ich sag's ja. Zimmer. Ich stifte jetzt raus. Ich schau, wenn ich nicht so viele Sachen... WALLS, LOCKS, LACHES, DOORS, GATES. Ich sag's doch. Nicht so weit runter. Nicht so weit runter. Bleib da stehen. Selbstschuld. Ich will nicht so nah da dran stehen, mein Freund. Das ist immer sehr gefährlich. So schnell kommt der Tod. So, das will ich. Spiele Einsatz. Gut. Ich glaube, ich bin das letzte Mal hier runter. Ja, bitte, komm. Danke schön. War doch nicht so schwierig. Boah, es ist herrlich hier durchzugehen, ohne die ganze Zeit den Thun zu haben. Ich dachte, ich hab's vermisst, aus diesem Grund. Mach ich's mal nach. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Ja, bitte geh gucken. Was ist denn die Alige zu tun? Nein. Nein. Komm schon, du little shit! Show up, shit! Ha! NOOOOO! Er hat sich getötet. Ich habe die Alige zu tun, dass du sagst. Verdammt. Er hat sich getötet. Find mir den Sonnenblatt, der das gemacht hat! Dein Job ist getötet. Jetzt sind wir dann gleich durch, oder? Jawohl. Ich habe da zwar noch was liegen lassen, aber es ist mir eigentlich egal. Ich will nämlich vorwärts machen. Ich will aus dieser Mission raus. Ich will zur nächsten Mission. Ich habe keinen Bock mehr hier zu verweilen. Lauf! Beweg dich! Tu! Etwas! Nicht so! Langsam, aber sicher reicht's. Der Säure-Tank ist voll. Na toll! Was war das? Hey! Ist jemand da da? Ist jemand da da? Oh nein! Nicht so! Genau. Untersuch da irgendetwas. Der eine ist zwar tot, aber untersuch das. Das ist wichtig. Na sehr schön. Jetzt noch an die andere Mechanische irgendwas ran. Dann ist gut. Dieses Mal einfach nicht runterfahren. Komme ich da hin? Nein! Nein! Scheiße! Oh! Hat er sich gerade gekillt? Gold-Harz-Trank. Ganz toll. Hier komme ich hoch. Einfach ignorieren. Ach so. Der nervtötende hohe Ton ist immer noch da. Oh Gott. Oh Gott. Ich probiere was aus. Sehr angenehm. Jetzt. Aber was? Warum kannst du dich da nicht festhalten? Ich bin nervös. Ich bin nervös. Es gibt es auch nicht. Ich bin nervös. Halleluja, Halleluja, hier hat es gespeichert, hier hat es gespeichert, ich muss nur noch zu der, oh, ich dachte schon, ich muss alles beenden, weil ich keinen Bock mehr habe, aber es geht, Gott sei Dank, na gut, es ist gleich gespielt, nein, warum bist du jetzt auf einmal andersrum da, Kumpel, was tust du für komische Dinge, halt dich fest und kletter hoch, dann gehen wir halt von oben runter, geht das, ja, Dankeschön, Halleluja, Halleluja, ich dachte schon, na, uah, Dankeschön, das erste Mal, jetzt speichert er wieder, warum hat er vorhin dann nicht gespeichert, ich habe ein ganzes Let's Play gemacht, 20 Minuten, sterbe an der Stelle, da, wo ich jetzt hingucke, da unten, und ich, ich werde nicht schlau teilweise, dann bringst du dich jetzt um, ja, nett, dann bringst du dich jetzt um, ja, nett, was ist los, ist es jetzt eingefroren, oh shit, es funktioniert, naja, ich weiß nicht, what the fuck, what the fuck, na gut, ich starte mal ganz kurz das Spiel neu, ich mache hier einen Übergangseffekt, bis gleich, ja, hier ist der letzte Speicherpunkt, ja genau, da habe ich ja nochmal gesagt, Autospeicher, hier schon, sonst nicht, na gut, das ist was, warum nicht, ich bin auch so froh drum, scheiße, oh, ich probiere mal einfach durchzugehen, wenn die da warten, ist mir an den nicht unnötig, oh, Hofmesser, nett, komm ich da jetzt hoch, auf der Treppe, oder ein bisschen anders, wenn man weiß wie, ach du Heiliger, so einfach kein anderer nahe kommen, ja, dankeschön, ich probiere es trotzdem nochmal, vielleicht ist der Sprung gar nicht so kalkuliert, sondern, so kalkuliert, ja, nein, meine grüßen Freunde, bevor ich aber gehe, oh, warte kurz, bevor ich gehe, will ich noch einen Ritter töten, denn ich hasse euch, wie die Pest, ja, alle hin, los, untersucht ihn, jeder einzelne muss untersuchen, ihr wisst, dass es richtig ist, und jetzt, nicht ganz alle, Nun dann, auf ins gelobte Land. Das kommt gut. Wir gehen ins Labor. Befreiung. Gut, ich muss aber noch beim Hochsicherheitstrakt vorbei. Da war ich noch nicht. Ich war jetzt im Kerker. Da gibt es aber noch den Hochsicherheitstrakt und da ist das Artefakt versteckt. Das möchte ich nämlich auch noch holen. Das nette, liebe, schöne, tolle, unglaublich, wundervolle Artefakt. Also, diese Folge war doch ziemlich speziell mit Speichern, Nichtspeichern, Leck, das Bild hängt und was weiß ich alles. Ritter, die die ganze Zeit einem nachrennen. Almost there. I just got across this area and I should be in the high security section. Dammit, what are they up to here? One thing sure. It's best not to be on the wrong side of the bars when I find out. Nun, ähm, so wie es aussieht, komme ich nach diesem Gebiet zum Hochsicherheitstrakt. Eben da haben wir hier noch eine Mission. Stiehlt den Röhrenkondensator für Ortskern. Das tun wir, aber erst in der nächsten Folge von Sticks, Master of Shadows. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Bis dann.